Ja, nur ein ganz kurzer Nachtrag zum Preppern. Ich habe ja auch über Wasser gesprochen und die kleinen Schlucke. Ich habe jetzt sogar noch bei mir was gefunden. Das MMS hier, also hier von CoCoVit, das ist einmal Natriumchlorid und dann haben wir hier Salzsäure, 4%ig und darauf habe ich mir drauf geschrieben, wie das zu bedienen ist. Also was ich ermitteln konnte im Internet ist es so, dass sozusagen wenn man, also als erstes müsste man unbedingt schauen, dass das Wasser nicht von einem Chemiewerk oder von der Landwirtschaft oder generell von Städten verseucht ist, sozusagen chemisch verseucht ist. Denn dieses Mittel kann natürlich selbstverständlich keine Chemie beseitigen, also keine chemischen Gifte beseitigen, sondern nur Bakterien, Viren und so weiter und Kleinstorganismen und so weiter. So, und dann soll es also so gehen, also mit, also dass man von jedem, hier habe ich zwei Pipetten, ja, die finde ich allerdings nicht so gut. Ich habe noch andere Pipetten, da muss man also aufpassen, dass man die auch nicht für die verschiedenen, man muss die immer für die gleiche Substanz nehmen. Ich habe das beschriftet hier, jetzt, ich habe dieses frühere D3 Fläschchen genommen, das ist ja dann auch eine Schutzhülle für die Pipette und dann habe ich die Pipette und dann steht auch auf der Flasche, welche Pipette für welchen dieser beiden Stoffe zu verwenden ist. Zum Beispiel hier, die ist frühere K2 Fläschchen, da ist die Pipette drin, die ich dann für die andere Sorte des Dings nehme. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel 10 Liter Wasser sozusagen bakteriologisch reinigen wollt, dann habe ich das so verstanden, dass ihr in irgendeiner Ecke von einem Glas oder irgendwas oder von einer Flasche eben jeweils von jedem der beiden dann 10 Liter, 10 Tropfen, also 1 Liter 1 Tropfen, 100 Liter 100 Tropfen sozusagen reintut. Und dann reagiert das chemisch miteinander, wird so gelblich und bloß nicht einatmen, die Gifte seien also richtiges Chlorgas oder so richtiges giftiges Gas, ja, nicht einatmen. Und dann eben, wenn das Ganze so 45 Sekunden miteinander reagiert hat, dann könnt ihr das Wasser auffüllen und dann habe ich es so verstanden, dass man am besten das Wasser dann mal zwei Stunden stehen lässt, bis auch wirklich alle Erreger tot sind sozusagen. Ja, das war der kleine Nachtrag zum Präppern. Habe ich zufällig gefunden, habe ich da, behalte ich, erhebe ich jetzt auf. Tschüssi.